Servus, ich bin der Schweiger Simon, auch Zubehör in Flottweg, im Beruf Industriemechaniker. Und ich zeige euch, warum sie sich auch bewerben sollen. Wie gefällt die Ausgabe Flottweg gut, weil wir ein gutes Verhältnis zu den Meistern haben, die Hälften haben. Wir haben unter den Kollegen untereinander ein gutes Verhältnis und haben auch recht auf der Gaule. Bis zum nächsten Mal.